So, wenn ihr Helm tippt nochmal, ja, damit ihr gesund bleibt, ja, ich gebe euch mal einen Tipp. So, Öffnung, ja, ganz schnell. So, dann kommt hier der Ingmar schritt, ne? Ne, hopp, he, 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 ja, Ingmar schritt, Ingmar schritt. So, der wird jetzt hier rein, der Mix. So, hopp, zu machen. So, schütteln, trinken. Aber ihr bleibt gesund. Also wirklich mein Tipp, seitdem ich das nehmen, wir Ingmar schott, gemixt hier mit Smoothie Grün. Perfekt, ihr könnt nicht mehr eigentlich krank werden. Also, so wohl, Prost.